krieg ich den high score jetzt geknackt also unfaire spiele das ist ja echt könnte ich mich aufregen jetzt also ich glaube das was man hier so aggressiv macht ist glaube ich dass man hier immer so pixel genau auf diese leitern drauf muss und so das ist ganz schön ätzend mache ich noch eine runde eine runde meine aber nur noch eine die letzte versprochen auch allerdings jetzt das sind zwei das war ja fies eine noch aber nur noch eine und dann geht es wird versprochen so los geht's ich habe auch früher immer spiele mit unendlich leben gespielt weil ich eigentlich immer nur so ein bisschen durchspielen wollte allerdings bin ich dann trotzdem nie weit gekommen was schon ein bisschen komisch wenn ich mir das jetzt noch mal so überlegen mein lieblingsbetriebssystem weiß gar nicht ob ich das sagen darf einmal spiele ich noch aber das schluss nein auch nie im ersten level leute nein auch lauf doch da oben legen ich spiele noch eine runde aber nur noch eine und ist aber schluss feierabend muss ich ins bett pinguine sind cooler als fenster ja da will ich dir gar nicht widersprechen aber fenster funktioniert aber besser als pinguine zumindest ja auch nicht immer das ja das kann man so pauschal nicht sagen da das da das darf man ja auch pauschal gar nicht so sagen da ist jetzt weg die letzte runde ehrlich ja genau ich träume diese nacht bestimmt vom würstchen und eiern und jetzt weiß ich auch wieder warum die 60 früher mal kaputt gegangen sind so kommt eine runde meinung was aber ganz gut liefert proton also steam spiele mit proton laufen zu lassen so generell ist ja so linux gaming mittlerweile endlich mal angekommen ich weiß nicht mehr ich spiele auf jeden fall jetzt noch eine runde aber nur noch eine eine letzte ich wollte mich doch verarschen oder ja das war gut nein das war nicht das nicht gut nicht gut und nein nein du auf den c64 ja das habe ich mal gesehen das ist aber auch eher so eine so eine gut gemeinte dem ohne das ist eine slideshow mein ich ich werde auch langsam ins bett obwohl eine runde da kommt eine noch aber die letzte letzte runde so